G-Power First Class Performance Hochleistungslimousine par excellence G-Power G5M Hurricane RS Seit jeher ist Orange die charakteristische Farbe im Corporate-Identity-Konzept der Marke G-Power. Kein Wunder, schließlich gilt sie in der Psychologie als anregend und leistungsfördernd. Zudem ist Orange eine Warnfarbe. Anders gesagt, es entstehen genau die richtigen Assoziationen für G-Power. Schließlich steht die Marke seit 1983 für herausragende Performance-Umbauten von BMW und M-Top-Modellen. So verdeutlicht das Orange in diesem Fall, Achtung, hier steckt Leistung drin. In eben jene Regionen dringt auch der neue G5M Hurricane RS auf Basis des BMW M5 F90 vor und leistet nun 840 PS und 1050 Newtonmeter. Den Zuwachs realisiert G-Power durch die Kombination der Performance-Software GP840 mit leistungsfähigeren Upgrade-Turboladern. An diese schließen sich Sportkatalysatoren sowie eine G-Power-Abgasanlage. Zur optischen Veredelung erhält der G5M Hurricane RS die hauseigenen Hurricane-Schmiederäder in 21 Zoll. Hinzu kommt die Fahrzeugfolierung in Hurricane Orange Metallic, um die Konkurrenz schon von Weitem zu warnen und die GP Venturi Motorhaube aus Carbon. Den Sprint von 100 auf 200 Stundenkilometer schafft der G5M Hurricane RS in 5,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt, Reifen geht bei 330 kmh abgeriegelt.